Hallo und herzlich willkommen jetzt am weiteren Video auf diesem Kanal. Also es war dann gleich hinterladen heute. Wir spielen mit der Fortnite Battle Royale und wir sind am Start, fliegen auf die Insel und gucken mal schon mal, was hier los ist. Mal gucken, vielleicht schaffen wir hier eine High Kill Gameplay. Gucken wir mal einfach mal, wenn nicht, hoffentlich einen epischen Sieg. Ah, da kommen ja schon welche mit. Das sieht ganz gut aus. Hier nochmal ein bisschen hier rüber. Wir nehmen uns doch mal direkt hier in die Kiste. Wenn wir auch schon mal eine Start-Fishing waren. SMG. Ganz kurz. Große Schüttung machen. Hi Nosken. Hi. Also besser ich sagen, Hi Nosken. Hi. 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 Ach so, euer. Wie. Nein! Bitte! Okay, nice. Ich habe jetzt etwas bekommen. Meine Laufzeit ist von innen ein bisschen... Nicht so toll. Sehr, sehr leise. Egal. Lass uns einfach mal gucken. Ach, guck mal, das sind sogar Minis. Wer kennt es nicht? Ich stelle jetzt einfach mal die Minis, die noch statt den Bänder aus. Also einen. Ist ja egal. Trotzdem, die Bänder sind nicht so viel, was die anderen. Gehen wir mal nach hier unten, gucken wir mal, was wir hier finden. Ich möchte ja... Ich gehe jetzt immer da... Ich bin unbedingt da hoch, ey. Lass mich mal in Ruhe von der Seite da. Lass mich mal da hoch. Ich möchte mal da hoch. Ich möchte nicht von der Seite abgeschossen werden hier. Guck mal, wir kommen gleich da oben. Wir haben einen schönen Ausblick. Guck mal, guck mal. Was? Grusel Grusel Oh Oh Kalki Was? Nee Nein Der hat mich jetzt nicht wirklich mit dieser Antiochleife gegeben Lass mich So eine Hintesuche der Jetzt ist es ausgekommen, dass nur mal mit der Antiochleife zu machen Du siehst? Daraus wird nichts Daraus wird nichts Minis Dann kann ich sie auch liegen lassen Ich weiß nicht Daraus 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 Dauer Daraus Es ist sehr gut, dass wir hier wenigstens Ein bisschen weiter? Sehen wir hier irgendwo ein? Wir gucken nach so einem Geist, ob der hier irgendwo rumlungert. Komm schon, wo seid ihr? Es ist immer so, es ist jedes Maß da, ich finde extrem viele Gegner, oder ich finde gar keine. Es sind halt bestimmte Spielphasen, was ich denke, ey, ich möchte mal Gegner haben. Und wenn man dann richtig viele Gegner hat, dann ist man tot. Das ist immer so... Ähm... Es ist einfach nur ein, was ich mache. Hey! Oh mein Gott! Nein! Ich bin aber nicht wirklich geschossen. Oh mein Gott! Auf mich geht der Junge! Du kannst, du musst nicht auf mich gehen, komm! Komm! Stimmt! Nicht wahr! Okay, ich hab noch genug Leben, um irgendeinen Kampf anzufangen, aber trotzdem möchte ich erstmal ein bisschen nur wenig zu hoch heilen mit den Sachen, die ich habe. Komm schon, ich hab noch. Komm schon, ich hab noch. Oh. Da ist noch etwas gut getroffen hier. Ich muss noch einen anderen kommen hier. Ah. Komm jetzt erstmal den Kopf runter. Ah, guck mal, ich hab sogar noch Lautspreis. Uh, schön. Setzen, danke. Oh, Gott. Oh, da sind noch Kisten. Oh, Gott. Okay. Okay. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Ich weggebe. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, crap. Oh, Gott, das ist in der Kopf. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Okay. Okay. Endlich, Junge! Jetzt kann ich schon die Zeit gebraucht, um zu töten. Das war echt nicht schlecht gespielt. Muss man die lassen. Das war echt nicht schlecht gespielt. Also schlecht gespielt, weiß ich nicht. So. Okay. Oh ho ho. Oh Gott. Oh, Herr, das ist so richtig. Oh, Herr, das ist so richtig. Oh, Herr, das ist so richtig. Ich bin nochmal安全. Ich bin, wir machen noch nicht mehr. Ich bin auch nicht mehr. Oh Ji. Was ist mir hier? Oh, ich bin nicht mehr. Oh, Ja. Ja, gerne. Ah, sorry Lolle, dass ich jetzt so wenig kommentiere, aber was ist hier denn? Es gibt die Bones halt nicht, weil es so doof ist Oh! Ich hoffe es noch nicht, dass ich in den Rücken geschossen bekomme, aber ich geh jetzt erstmal den Berg da hoch. Ich kann euch noch nicht die Zeit daran erinnern, da habe ich auch schon ein Spiel, wo man immer klicken musste. Wir bauen, deswegen habe ich da immer damals ein Butterfly. Viel Zeit noch. Oh, er hat nicht gemerkt. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich es nicht gemerkt habe, aber anscheinend. Ich habe es nicht gemerkt. Oh Gott. Oh Gott. Ah, nachdem. Oh nein! Ach du Scheiße aus dem Tor 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 Nice! 12 kills Easy! Kommen wir mal mit dem Jet und dem Jet Nein! Krass! Ok, also Leute, wenn euch das Video gefallen, würde ich mich selber liken, abo und abo freuen! Bis dahin ran und... Ciao!